Hallo, ich bin Jessica, Diplom-Ökotrophologin und Redakteurin von der EVE, die ihr im Bioladen bekommt. Freut mich total, dass ihr die neue Ausgabe so gut findet. Ihr habt uns aber gefragt, wo denn das Rezept von der Titelseite ist. Das ist nämlich nicht im Heft. Das ist ein Wildkräutersmoothie und das Rezept zeige ich euch heute. Wir gehen einfach mal Kräuter sammeln. Das hier ist die Taubnessel, die purpurrote Taubnessel. Und wir ernten einfach mal ein bisschen was ab, aber nicht zu viel. Wir wollen ja für die Insekten was dalassen. Die brauchen diese Blüten nach dem Winter als erste Nahrung. Als nächstes suchen wir Löwenzahn. Der wächst eigentlich fast überall. Der sieht doch gut aus. Richtig schöne, frische, junge Blätter. Die nehmen wir alle mit. Löwenzahn könnt ihr eigentlich gar nicht mit anderen Pflanzen verwechseln. Der sieht so typisch aus. Aber wenn ihr euch doch mal unsicher seid, dann lasst die Pflanze einfach stehen. Ich sammle am liebsten die Kräuter, die man ganz einfach und überall finden kann. Auch im Garten. Die nehme ich natürlich am liebsten, wenn nicht meine Hühner zuerst kommen und sie pflücken. Wollen wir mal gucken, ob die Hühner noch ein bisschen Vogelmiere übrig gelassen haben für uns. Guck mal, hier ist alles voll. Die Vogelmiere schmeckt richtig schön nach frischen Erbsen. Die schmeckt pur auch im Salat total lecker. Aber da können wir ruhig viel von nehmen. Natürlich ohne Wurzel. Und die macht unseren Smoothie auch richtig schön grün und frisch. So, und jetzt können wir die Brennnessel finden. Hier zum Beispiel. Und wenn man so richtig kraftvoll zupackt, dann brennt das auch eigentlich gar nicht. Man nimmt einfach hier diese jungen Triebspitzen ab. So, das reicht erst mal. Ah, und hier wächst noch Gänseblümchen. Der sieht so ein bisschen aus wie Feldsalat und der schmeckt auch so. Also eigentlich kann man diese ganze Pflanze so abernten, wie so einen kleinen Feldsalat. So, jetzt haben wir aber gesund gesammelt. Jetzt nehmen wir die mit ins Haus. So, wir haben jetzt unsere schönen frischen Kräuter gesammelt. Zwei Hände voll Kräuter reichen schon aus, um zwei große Gläser Smoothie zu machen. Und ganz wichtig ist natürlich, die Kräuter jetzt zu waschen. So, für unseren Smoothie brauchen wir einmal natürlich die Kräuter. Zwei Hände voll. 400 Milliliter Apfelsaft, das bringt die Süße rein. Und eine Bio-Orange. Die Orange schälen. Ein bisschen Schale brauchen wir gleich noch. Und ihr braucht einen guten Mixer, der richtig Kraft hat. Dann können wir die ganze Orange einfach so hier reintun. So, das schafft der schon. Ein bisschen schönen Orangenschale dazu. Das bringt so ein bisschen Aroma rein. Zack. Jetzt brauchen wir unsere Kräuter. Und den Saft dazu. Schön Deckel drauf, damit nichts spritzt. Und los geht's. Boah, sieht der nicht super aus? Und fertig ist euer grüner Kräuter Smoothie. Auf die Gesundheit. Super lecker und total einfach gemacht. Jetzt habt ihr euer Rezept vom Eve Cover. Viel Spaß damit. Tak. few Untertitelung des ZDF, 2020